Ja! Ja! Wir sind im Super-League-Finale! Gut gemacht, Leute! Big Bo, diese Dreifach-Parade hat die Party gerockt. Ich weiß, oder? Der Typ war wie... Hey, Leute! Seht euch das an! Die Superstrikers haben sich gerade ins Super-League-Finale gekämpft. Alles klar, Mann! Aber ihre Gegner, Cosmos FC, haben eine kleine Nachricht für die Männer in Rot. Big Bo, man sagt, du wärst der Beste. Sogar unversiegbar. Also, ich fordere dich heraus, das zu beweisen. Bei einem Einschuss-Showdown, genau zur Mittagsstunde. Nein, Buddy Joaquin's Wide Westworld. Die wildesten Zeiten im Westen. Ein Elfmeterschießen? In nem Themenpark? Was denkst du, Big Bo? Satteln wir auf, Partner! Big Bo, bist du sicher, dass du vor dem Finale gegen Ninja antreten willst? Total! Cowboy war auf Platz 3 der Liste von Sachen, die ich als Kind werden wollte. Gleich direkt hinter Torwart und Dinosaurier! Seht euch das an, Superfans! Das ist ja Lenny der Blitz. Den hab ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Klaus? Ich hab den Anzug im Keller des Streikerlands gefüllt. Riecht das deshalb wie ein Eiersandwich? Nein, ich hab mein Mittagessen hier drin. Das ist irgendwie ekelhaft, Alter. Man kann alles Mögliche im Anzug aufbewahren. Unterhaltung, Chris Lovias Lieblings-Erfrischungsgetränk und mein Kleinfreund Giorgio. Also, du wirst jemand anderen finden müssen, der beim Finale Lenny spielt. Oh, komm schon, Coach. Ich sitz doch sowieso auf der Bank. Das bedeutet nicht, dass du dich nicht zu 100% aufs Spiel konzentrieren sollst. Oh, wow! Das ist ja mal eine Stadt nach meinem Geschmack. Klaus? Was hab ich dir wegen des Anzugs gesagt? Ich weiß, ich weiß. Aber wo kann man besser jemanden finden, der Lenny den Blitz spielen soll? Wenn ich ihnen das Kostüm zeige, werden sie eine Reihe bilden, um der neue Lenny zu sein. In Ordnung. Hau die Superstrikers! Willkommen in meiner Stadt! Hier, bitteschön! Geht aufs Haus! Bad Dollars? Die offizielle Währung der Wild West World! Und jetzt... Werdet weee! Die offizielle Währung der Wild West World! W occurrde! Werdet weh! Werdet weh! Werdet weh! Werdet weh! Werdet weh! Aus als wären die Arme nur für die Show da, Leute. Gib auf, Alter. Diese Rummelspiele sind alle total manipuliert. Wir sehen uns, du harter Typ. Hm, Mitarbeiter-Pausenraum. Nicht Shake. Ja? Äh, kann ich einen haben? Mach gleich mal zwei. Ich bin Deputy Chili Dog. Was bringt dich in die Stadt, Fremder? Ich suche jemanden, der Lenny den Blitz übernimmt. Hat einer von euch Maskottchen Lust auf den Job? Nee. Kommt schon. Das ist ein toller Job. Viele Fans, schicket Outfit und so viel Leierfläche. Hier, nehmt ein Flyer. Hör zu, Lenny. Ein Maskottchen zu sein beim Super League Finale. Davon träumen wir doch alle. Was ist denn denn das Problem? Aus dem Weg, ihr Unnütze, Niemande. Hier kommt ein offizielles Super League Maskottchen. Hey! Dit ist nicht sehr nett. Und wer bist du? Lenny der Blitz. Also, ich bin das schnellste, gemeinste, unterhaltsamste Maskottchen, das diese Stadt je gesehen hat. Der Kosmos-Star. Wieso haust du nicht ab von hier, bevor es peinlich für dich wird? Vielleicht werde ich das. Oder vielleicht zeige ich dir ein paar so elektrische Moves, dass du Sterne siehst. Ja! Zeig dir jetzt eine Teil. Meine Lektion, Lenny! Alle Parkangestellten auf Position. Das Kräftemessen beginnt gleich. Es ist noch nicht vorbei. Das war unglaublich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich ihm so entgegengestellt hat. Du spielst Lenny im Finale, oder nicht? Ja! Und dann machst du dieser Gemeinheit ein für allemal ein Ende. Ich... den kann ich. Und jetzt bin ich stolz, bei der offiziellen Öffnung der Wild West World das Einschusskräftemessen zu präsentieren. Geht's dir gut? Ich war mir so sicher, dass ich weiß, wo der Ball hinfliegt. Mach dir keine Gedanken darüber, Mann. Das war ein Glückstreffer. Ja, schätze schon. Der manipulierte Ball hat super funktioniert, Leute. Wenn ich das Signal gebe, wisst ihr alle, was zu tun ist. Macht die Hüte dicht und haltet eure Schotten fest, weil das größte Spiel der Fußballgeschichte auf euch zukommt wie eine ausgerissene Fledermaus vor einem Scheinwerfer. Ähm, ich glaube, du verwechselst deine Metaphern da ein klitzekleines bisschen, Mac. Komm schon, Brenda. Das ist das Super League Finale. Wir müssen alle Register ziehen und loslegen. Das wäre der morgige Tag nicht mehr in Mode. Das Spiel läuft und Ninja greift direkt an. Was für ein Schuss. Aber Big Bo ist der Herausforderung mehr als gewachsen. Jeha! Passt auf, ihr Niemande. Ich bin der Kosmos-Star. Ich bin das größte Maskottchen, das diese Stadt je gesehen hat. Wir sind in der zweiten Halbzeit und Kosmos übernimmt die Kontrolle über das Spiel. Aber da ist ein Mann, der ihnen im Weg steht. Big Bo ist einfach unbesiegbar. Er ist eine unbewegliche, kraftvoller, natürlichem Talent. Alles klar, es reicht jetzt. Nichts, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn. Mach kein Mittagessen aus einem Elefanten. Ich versuche nur, einen Denkanstoß zu würzen. Hör auf! Gib mir ein C. Gib mir ein O. Und dann ein M. Und dann, äh, äh. Also, ich muss hier nichts buchstabieren, denn ich bin der Kosmos-Star. Coach, du musst mir erlauben, Lenny zu sein. Die Fans brauchen ihn. Ich dachte, du wolltest jemand anderen finden. Ich hab'n versucht. Aber die ganzen Maskottchen haben zu viel Angst davor, gegen Kosmos-Star anzutreten. Okay. Aber ich will dich in der Verlängerung wieder hier sehen. Hallo? Wenn du die Wahrheit wissen möchtest, triff mich in der Garage. Wahrheit? Hm? Bessen da. Nach 90 Minuten Spielzeit steht es immer noch unentschieden. Ab in die Nachspielzeit. Ja, das stimmt. Willst du wirklich schmollen, weil ich deine Kommentierung nicht mochte? Nö. Und plötzlich erwachen die Superstrikers zum Leben. Das sieht vielversprechend aus. Guter Schuss von Tiger. Aber der Torwart hält ihn. Jetzt gibt's die Chance zum Kontern. Aber Ninja geht auf Nummer sicher? Sehr untypisch für ihn. In der Tat. Wieso spielen sie plötzlich so defensiv? Äh, hallo? Ist hier jemand? Das ist nah genug. Das Spiel ist manipuliert. Kosmos werden das Finale gewinnen. Egal was passiert. Wie denn? Ich, ich, ich hab schon zu viel gesagt. Wenn der Star das herausfindet. Warte. Wieso hilfst du uns? Weil du mich daran erinnert hast, wer ich wirklich bin, Lenny. Ich bin ein Deputy Chili Dog des Gesetzes. Wir sind am Ende der Nachspielzeit und der Spielstand lautet immer noch unentschieden. Scheint, als würde Kosmos gerne ins Elfmeterschießen gehen. Aber die Superstrikers nicht. Die Männer in Rot starten einen letzten Angriff. Hä? Ich verstehe das nicht. Kosmos hat total aufs Elfmeterschießen hingespielt. Aber wieso sollten sie das machen, wenn unser Großer so gut ist? Weil Kosmos vorhaben zu betrügen. Klaus, wo warst du? Ich hab die Wahrheit herausgefunden. Und ich hab euch ein paar Orangenstücke gekauft. Eww. Hört zu, Leute. Das Spiel ist manipuliert. Äh. Wie denn? I like meh. Der Junge vom manipulierten Kräftemessen ist ein Balljunge? Das kann doch kein Zufall sein, oder? Was, wenn das nicht das Einzige war, das in der Wild West World manipuliert war? Das Einschuss Kräftemessen? Ich wusste, dass der Ball komisch geflogen ist. Also Kosmos wollen einen manipulierten Ball ins Elfmeterschießen schmuggeln. Aber wo genau verstecken sie ihn denn? Niemand kann sich mit mir anlegen, denn ich bin der Kosmos-Star. Ich funkle am Tag und ich funkle in der Nacht. Los geht's, Leute. Jetzt geht es darum, wer unter Druck einen kühlen Kopf bewahren kann. Bitte schön, Kleiner. Auf der Stelle stehen bleiben. Schicks ist als erster dran. Kann er seinem Team den Start besorgen, den es braucht? Ja. Alles klar. Jetzt ist Kosmos dran. Big Boast in die richtige Richtung gesprungen, aber er hat den Ball nicht erreicht. Sehen Sie an. Du bist endlich aufgetaucht. Ich dachte, du wirst zu feige, um dich mit mir anzulegen. Zeig, wie wenig du weißt. Ich bin vor allem rot. Außerdem wird es serial, wie ich äußerlich aussehe. Allein das, was man im Inneren hat, ist das, was zählt. Oh, ist das nicht süß? Jeder ist eine einzigartige Schneeflocke. Nee, nee, nee. Du verstehst das nicht. Der manipulierte Ball. Ich weiß, dass er an deinem Anzug ist. Und ich werde ihn dir wegnehmen. Oh! Ja! Oh! Recht gemacht von El Matador. Oh! Diesmal hat Big Bo schon die Hand dran. Er kommt immer näher und näher an eine Parade. Geh mir aus dem Weg. Nein! Ich habe es satt, von dir tyrannisiert zu werden. Hier ist das Ende. Gib uns den Ball. Komm und schnapp ihn dir! Ich bin der Kosmos-Star. Geh mir aus. Oh! 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 Jetzt liegt es wohl an den Elfmeterschützen, schätze ich mal. Beide Mannschaften haben zwei Treffer und der Kapitän des Superstrikers kommt nach vorne. Das nenne ich mal ein Vorbild. Kann Kosmos ausgleichen? Ja! Oh! 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 Die Superstrikers sind Super League Meister. Also, ich schätze, es bleibt nur noch eine Sache zu sagen, Mac. Und was ist das? Die Superstrikers haben den Sitz ihres Erdrutsch-artigen Sieges von dem Mund der umwerfenden Niederlage, die als Geschichte in der Mache eingehen wird, weggeschnappt. Also das nenne ich richtiges Kommentieren, Brenda. Eins muss ich dir lassen, Klaus. Du warst wirklich klasse als Lenny. Äh, eigentlich bin ich hier drüben. Äh, wer ist dann im Anzug? Das beste Maskottchen, das ich je kennengelernt habe. Keiner verdient das mehr als Sie, Lenny, zu sein. Danke. Aber für mich wirst du immer Deputy Shelley Doc sein. Oh, das ist so süß. Aber eigentlich heiß ich Rebecca. Wir sind die Meister. Wir sind die Meister. Untertitelung des ZDF, 2020